Jetzt geht's los. Die ersten Busse sind auf dem Weg. Lars Giel vorne dran. An sehr deutlichen wo es um die Reisesaison 2020 geht, wie es im Busgeschäft derzeit aussieht. Deutlicher kann man es nicht zeigen. Niederreisen gleich hinterher. Da ist gleich der B*** dabei. Wenn der B*** für alle geht. Attes aus Dortmund auch da. Komm mit. Bereits. Die waren auch am 14. Mai schon dabei. Chef selber. Ganz toll. Steglich Reisen. Ganz tolle Reisen haben die immer dabei. Da kommt der Sachse auf Achse. Hoffen wir, dass er bald wieder fahren darf. Ahrtal Reisen. Da ist er hin. Ganz Deutschland ist da. Prima Klimareisen. Auch einer von Anfang an dabei. Unser Psao. Aus Hamburg. Der fährt mal flott ein Doppelstecker. Ja. Der ist auch sehr... Unternehmen. RDA. Allen drum und dran. Immer dabei. Nochmal haben wir mal an. Der hat auch das Schild vom BDO mit dran. Da sieht man auch die Zusammengehörigkeit. RDA, BDO, GBK, wer alle mitspricht. Das ist mal ein deutliches Zeichen, was Maskenpflicht für einen Bus bedeutet. Der nächste. Ja. Uckermärker. Auch bekannt von den Messen. Immer präsent. Das zeigt auch deutlich, warum er heute da ist. So, das waren die Ersten.